Norddeutscher Rundfunk 2021 Wo wir es hingehen? Hier kennst du viele. Wo es Frauen sind, die nicht zu finden. Ja, schreib mal drei Bier auf. Bezahle ich morgen. Ich weiß selber nicht, warum ich hier immer noch rumhänge. Es gibt ja auch nicht viel. Mein Gott, das ist auch immer jeden Tag dasselbe. Also ich als deutscher Bundesbürger führe mich beschissen. Wer ist zum größten Teil daran schuld? Das ist alles der Amerikaner. Deutschland ist ein besetztes Gebiet. Ich kann meine Gedanken nicht jetzt auf der Straße preisgeben. Das geht nicht. Gehe ich ab. Und warum nicht? Weil wir keine Demokratie haben. Die Demokratie wird bestimmt vom Kapitalismus. desperately auf ganz. Deutschland ist eine Welt. Aber die Welt ist Chandler drückt. und Arschloch. Ich habe einen Hass. Purer Hass. Eine Fünfjährige wurde gegessen. Lebendig vom Flüchtling. Die stand auf Facebook. Auf Wiedersehen.